ja leute ich gehe rauf und das hat einen besonderen grund ihr seht hier oben gelb und grün das signal und auf gleis 1 auch noch nicht auf drei oder nicht auf also nicht hier sondern neben dem talent also hier dass hier ein zugleich kommt ich war ich glaube es ist ein gelbes licht und ein grünes das heißt warte mal ein gelbes und ein grünes licht bedeutet aber warte mal ich glaube 60 oder 40 ich weiß nicht glaub 60 60 werden sein ungefähr das ist ja nur eine vorwarnung also muss er pcb bestätigen das ist nur eine vorwarnung wenn so gelbes licht ist wenn er nur grün ist dann muss er das muss er genau die geschwindigkeit fragen die das signal anzeigt also ich bin gespannt was jetzt auf gleis 1 kommt soll ich rüber gehen aufs andere soll ich sollte ich von hier drüben aufnehmen oder bleibe ich hier bin gespannt was das was ist das wieso eigentlich gleich eins weil auf gleich wieso nicht auf gleich drei kommt der zug das ist das größte geheimnis aber wir sehen uns bis gleich